Wenn es um die Aufklärung von Morden oder anderen Straftaten geht, dann sind meist auch sie gefragt, Rechtsmediziner. Allerdings, schätzen Experten, bleiben in Deutschland jedes Jahr hunderte Tötungsdelikte unentdeckt. Unter anderem wegen der steigenden Arbeitsbelastung von Gerichtsmedizinern. Weshalb die Sächsische Linke nun fordert, das Budget für die beiden rechtsmedizinischen Institute im Freistaat zu erhöhen. Ein Verstorbener, dessen Todesursache ungeklärt ist. Am Rechtsmedizinischen Institut in Leipzig wird untersucht, ob ein Verbrechen dahinter steckt. Eine Obduktion von voraussichtlich 800 in diesem Jahr. Das Institut hat 36 Mitarbeiter, Rechtsmediziner, Toxikologen oder wie hier auch einen Biologen, der hauptsächlich DNA-Spuren untersucht, auch von Tätern. Die Fälle schwanken zwischen normalen Einbruchsdiebstählen, Drogendelikten, Vergewaltigungen, Körperverletzungen bis hin zum Mord. Die Gewaltdelikte in Sachsen nehmen seit 2013 zu. Im Auftrag der Ermittler kommen damit Rechtsmediziner häufiger zum Einsatz. Am Personal wurde aber gespart. Alleine in Leipzig hätten sich so rund 1.000 Überstunden angehäuft. Das ist ein Zustand, der auf Dauer aus meiner Sicht zur Überlastung der Mitarbeiter führt, aber natürlich auch ein Problem in der Rechtssicherheit darstellen kann. Deswegen fordert im Landtag Die Linke das Budget für die Rechtsmedizin in Sachsen, um eine Million Euro jeweils im Haushaltsjahr 2017 und 2018 zu erhöhen. Wenn ich einen unnatürlichen Todesfall in Klingendal habe oder gar eine Vergewaltigung, sexuellen Missbrauch, dann muss ich innerhalb der ersten drei, vier Stunden das Opfer untersuchen, die Staatsspuren sichern und damit auch den Opferschutz und die Rechtsverfolgung ermöglichen. Bevor der aus Leipzig ran ist, sind die Messen gelesen. Und damit ist zum Beispiel die Strafverfolgung in dem Fall schon durch. Sachsens Rechtsstaat in Gefahr? Der Justizminister widerspricht. Die Staatsanwaltschaften berichten über keine Probleme. Das heißt, die Arbeit kann ganz normal durchgeführt werden. Wenn es notwendig ist, Obduktion durchzuführen, Wirkstoffanalysen oder DNA-Spuren zu überprüfen, dann ist das momentan abgedeckt, sowohl durch die rechtsmedizinischen Institute als auch durch private Institute, die zum Beispiel toxikologische Spuren oder auch DNA untersuchen. Der Antrag der Linken wurde von den Regierungsfraktionen CDU und SPD abgelehnt, wie auch von der AfD. Nur die Grünen stimmten dafür. Damit muss die Rechtsmedizin in Sachsen weiter mit ihrem bisherigen Budget auskommen. Eine Erhöhung ist frühestens mit dem nächsten Doppelhaushalt in Sicht.